In dem folgenden Video möchte ich Ihnen den Gutachtenstil erklären und an einem Beispiel ausdrucksweise zeigen, wie eine gutachterliche Fallbearbeitung aussehen kann. Juristische Fallbearbeitungen erfolgen im Gutachtenstil. Dabei steht eine Frage oder ein Problem am Anfang. Diese Frage wird geprüft und damit ein Ergebnis begründet. Wichtig ist, dass das Ergebnis am Ende der Prüfung steht. Das ist der wesentliche Unterschied zum Urteilsstil. Dort steht das Ergebnis am Anfang und es folgt die Begründung. Der Gutachtenstil kann anhand des zoologistischen Schlusses einem Element aus der Logik veranschaulicht werden. Bekannt ist folgende Satzabfolge. Alle Menschen sind sterblich. Sokrates ist ein Mensch, also ist Sokrates sterblich. Strukturell handelt es sich dabei um einen Obersatz, gefolgt von einem Untersatz und aus Zusammenspiel von Ober- und Untersatz folgt eine Schlussfolgerung. Wenn wir die Struktur des Gutachtenstils daneben stellen, könnte man sagen, Obersatz und Untersatz führen als Begründung zum Ergebnis hin. Es fällt lediglich die Ausgangsfrage. Allerdings kann diese auch dem zoologistischen Schluss vorangestellt werden. Sokrates könnte sterblich sein. Dieser Satz wird in der Methodik als Hypothese bezeichnet. Der Obersatz ist eine abstrakte Wenn-Dann-Regel. Das wird noch deutlicher, wenn man den Satz umformuliert. Wer ein Mensch ist, ist sterblich. Der Untersatz vergleicht nun den konkreten Fall, also hier Sokrates, mit der abstrakten Regel. In der Schlussfolgerung wird auf die Ausgangsfrage die Hypothese geantwortet. Der Gutachtenstil besteht also aus einem Vierschritt. Hypothese, Obersatz, Untersatz und Schlussfolgerung. Zur Vertiefung ein weiteres Beispiel. Die Ausgangsfrage, also Hypothese, lautet Menschen könnten Wirbeltiere sein. Die Wenn-Dann-Regel ist, Wirbeltiere sind Lebewesen, die eine Wirbelsäule haben. Der Vergleich des Sachverhalts Mensch mit der Regel Wirbeltier ist nun, Menschen sind Lebewesen mit Wirbelsäule. Es folgt, Menschen sind Wirbeltiere. Das ist die Struktur des Gutachtenstils. Darüber besteht Einigkeit. Die Begriffe werden aber in der juristischen Ausbildung teilweise anders verwendet. Die Hypothese wird zum Teil als Obersatz bezeichnet. Der eigentliche Obersatz als Definition oder Aufzählung der Voraussetzungen. Der Untersatz ist die Subsumption und die Schlussfolgerung des Ergebnis. Der Einfachheit halber werde ich im Folgenden die im Jurastudium häufiger verwendeten blau unterlegten Begriffe verwenden. Wenden wir uns nun einem juristischen Beispiel zu. T zertritt mit Wucht die Box des O, sodass diese nicht mehr nutzbar ist. Ist T strafbar? § 303.1 StGB besagt Sachbeschädigung. Wer rechtswidrig eine fremde Sache beschädigt oder zerstört, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Der Obersatz, also unsere Ausgangsfrage für dieses Beispiel lautet. T könnte sich gemäß § 303 Absatz 1 StGB strafbar gemacht haben, indem er die Box des O zertreten hat. In diesem Obersatz werden die Norm, die geprüft wird, und die Tathandlung genannt. Dann werden die Voraussetzungen aufgezählt, die hier aus § 303 Absatz 1 folgen. Voraussetzung ist, dass T rechtswidrig eine fremde Sache beschädigt oder zerstört hat. Nun wird der Sachverhalt, also T zertritt die Box des O, unter die Voraussetzung gepackt. Es wird subsumiert. T hat die Box des O zertreten und damit rechtswidrig eine fremde, bewegliche Sache zerstört. Anschließend wird das Ergebnis festgehalten. Folglich ist T nach § 303 Absatz 1 strafbar. Natürlich ist Jura komplexer, sonst müssten Sie nicht jahrelang studieren. Die eben vorgenommene Prüfung ist stark vereinfacht und auch unvollständig. Um die Prüfung vollständig zu machen, sollten Sie zunächst den Aufbau des vorsätzlichen Begehungsdelikts kennen. Er besteht aus Tatbestand, Rechtswidrigkeit, Schuld und Ergebnis. Der Tatbestand wiederum besteht aus dem objektiven und dem subjektiven Tatbestand. Der objektive Tatbestand ist in § 303 Absatz 1 beschrieben. Eine fremde Sache wird beschädigt oder zerstört. Der subjektive Tatbestand ist erfüllt, wenn das ganz vorsätzlich, das heißt mit Wissen und Wollen des Täters geschieht. Den Gutachtensziel möchte ich Ihnen hier anhand der ausführlichen Prüfung von Beginn des Straftatbestandes bis zum Ende des objektiven Tatbestandes erläutern. Die folgende Prüfung ist sehr ausführlich, damit Sie den Gutachtensstil in vier Schritten verinnerlichen. Ich werde Ihnen aber anschließend zeigen, was Sie kürzen können und auch sollten. Wenn Sie den Gutachtensstil auf die Spitze treiben, können Sie in jeder einzelnen Ebene des Aufbaus den Vierschritt anwenden. Wie beim Programmieren gilt dabei grundsätzlich, jede Ebene, die Sie aufmachen, müssen Sie am Ende mit einem Ergebnis wieder zumachen. Das heißt, Sie müssen grundsätzlich Ihre Ausgangsfrage beantworten. Im sehr ausführlichen Gutachtensstil sieht die Prüfung wie folgt aus. T könnte sich nach § 303 1 StGB strafbar gemacht haben, indem er die Box des O zertreten hat. Das ist der Obersatz für die gesamte Norm des § 303 Absatz 1. Es folgen die Voraussetzungen. Voraussetzung ist, dass T den Tatbestand des § 303 Absatz 1 vorsätzlich, rechtswidrig und schuldhaft erfüllt hat. Nun müssen Sie den Tatbestand prüfen. Der Obersatz lautet, T könnte den Tatbestand des § 303 Absatz 1 erfüllt haben. Es folgen die Voraussetzungen. Voraussetzung ist, dass er den objektiven und den subjektiven Tatbestand erfüllt hat. Es folgt die Prüfung des objektiven Tatbestandes. Der Obersatz lautet, T könnte den objektiven Tatbestand des § 303 1 erfüllt haben. Voraussetzung ist, dass er eine fremde Sache beschädigt oder zerstört hat. Es folgt nun die Prüfung der einzelnen Voraussetzungen wieder jeweils im Vierschritt. Der Obersatz zur Sache lautet, die Box könnte eine Sache sein. Die Definition, Sachen sind körperliche Gegenstände. Die Subsumption, die Box ist ein körperlicher Gegenstand. Und das Ergebnis und damit eine Sache. Jetzt das gleiche Spiel für das Merkmal fremd. Der Obersatz, die Box des O könnte für T fremd sein. Fremd ist eine Sache, wenn sie nicht im Alleineigentum des Täters steht. Die Box steht im Eigentum des O. Sie ist somit für T fremd. Nun prüfen sie auf die gleiche Weise noch das Merkmal zerstört. T könnte die Box zerstört haben. Zerstören ist eine Einwirkung auf die Sache, die ihre Gebrauchsfähigkeit aufhebt. T hat mit solcher Wucht auf die Box getreten, dass diese nicht mehr nutzbar ist. T hat die Box zerstört. Indem Sie diese drei Merkmale geprüft haben, haben Sie den objektiven Tatbestand geprüft und können jetzt ein Ergebnis feststellen. T hat den objektiven Tatbestand erfüllt. Wenn Sie sich diesen sehr ausführlichen Gutachtenstil näher ansehen, können Sie erkennen, dass theoretisch auf jeder Ebene der Vierschritt angewendet werden kann. Offensichtlich ist es bei den Merkmalen Sache, fremd und zerstört. Aber auch auf den anderen Ebenen wurde der Vierschritt angewendet. Für den objektiven Tatbestand wurde zunächst ein Obersatz gebildet. Dann wurden die Voraussetzungen aufgezählt. Die Subsumption wurde aber nun aufgespalten in die Prüfung der einzelnen Merkmale Sache, fremd und zerstört. Am Ende wurde das Ergebnis festgehalten. Ähnlich ist es bezüglich des Tatbestandes. Auch hier wurde der Vierschritt begonnen. Zunächst wurde der Obersatz formuliert, dann die Voraussetzungen aufgezählt. Schließlich wurde begonnen, den Tatbestand zu prüfen. Da der Tatbestand aber neben dem objektiven Tatbestand noch den subjektiven Tatbestand voraussetzt, konnte noch kein Ergebnis festgehalten werden. Sie werden festgestellt haben, dass sich in dieser Darstellung sehr vieles wiederholt und letztlich nur die Ausführungen zu den einzelnen Merkmalen inhaltlichen Gehalt haben. Daher können und sollten sie viel kürzen. Ganz wichtig ist aber, dass die Ausgangsfrage, der allererste Obersatz, immer geschrieben werden muss. Hinsichtlich der anderen Obersätze und dem Aufzählen der Voraussetzungen bestehen in den einzelnen Rechtsgebieten und zum Teil auch je nach Schwierigkeitsgrad des Falles Unterschiede. Im Strafrecht ist es überflüssig, nach dem Eingangsobersatz alle Voraussetzungen aufzuzählen. Auch Obersatz und Voraussetzungen des Tatbestandes und den Obersatz des objektiven Tatbestandes können sie weglassen. Diese Sätze haben keinen inhaltlichen Mehrwert, da sie letztlich nur den Aufbau des vorsätzlichen Begehungsdelikts in Sätzen formulieren. Einen Mehrwert, jedenfalls im Anfängerstadium, hat aber das Aufzählen der Voraussetzungen des objektiven Tatbestands. Hier sagen sie ganz konkret, was t getan haben muss. Wenn sie diesen Satz schreiben, können sie aber die Obersätze zu den einzelnen Merkmalen weglassen. Denn haben sie einmal die Voraussetzungen genannt, hat es keinen Mehrwert, noch einmal zu sagen, dass diese Voraussetzungen jetzt erfüllt sein könnten. Mit Definition, Subsumption und Ergebnis prüfen sie nun die Merkmale des objektiven Tatbestands. Zwar gilt, dass grundsätzlich jede Ebene, die aufgemacht wurde, auch wieder geschlossen werden muss. Dennoch hat der Satz, t hat den objektiven Tatbestand erfüllt, keinen Mehrwert, da die Ergebnisse zu den einzelnen Merkmalen sagen, was der Leser wissen will. Den Satz können sie also auch weglassen. In einer Anfängerklausur könnten sie dieses einfache Beispiel in dieser bereinigten Variante des Gutachtensstils lösen. Aber selbst hier können sie noch kürzen. Letztlich ist es nicht wirklich zweifelhaft, dass die Box eine für t fremde Sache ist und er diese zerstört hat. Sie können daher im verkürzten Gutachtensstil mit Kurzsubsumption arbeiten. Was bedeutet das? Im Vierschritt haben sie Obersatz, Definition, Subsumption und Ergebnis. Kurzsubsumption bedeutet nun, dass sie Definition und Subsumption zusammenziehen und das Ergebnis einbetten oder anschließen. Für das Merkmal fremd lautet die Kurzsubsumption, die Box des t steht im Eigentum des o und nicht im Alleineigentum des t. Sie ist somit für t fremd. Strukturell beginnt man bei der Kurzsubsumption mit dem Sachverhalt, also dem Teil der Subsumption und schließt die Definition an oder bindet sie ein. Sprachlich werden Sachverhaltselement und Definitionen hier mit der Formulierung und damit verknüpft. Für das Merkmal zu stören lautet die Kurzsubsumption, indem t mit solcher Wucht auf die Box getreten ist, dass diese nicht mehr nutzbar ist, hat er dergestalt auf die Sache eingewirkt, dass ihre Gebrauchsfähigkeit aufgehoben ist. T hat die Box zerstört. Auch hier zunächst kommt der Sachverhalt und dann die Definition. Als sprachliche Variante wird das Sachverhaltselement hier mit dem Wort indem eingeleitet. Alternativ können Sie auf diese Einleitung verzichten und ein Wort zur Verknüpfung einfügen. Beispiel t hat mit solcher Wucht auf die Box getreten, dass diese nicht mehr nutzbar ist. Somit hat er dergestalt auf die Sache eingewirkt, dass ihre Gebrauchsfähigkeit aufgehoben ist. Schauen wir uns den ganzen objektiven Tatbestand mit Kurzsubsumption an. Jedenfalls in der Anfängerklausur sollten Sie die Voraussetzungen aufzählen. Voraussetzung ist, dass t eine fremde Sache beschädigt oder zerstört hat. Wenn Sie die Voraussetzung nennen, können Sie aber auf die Einzelobersätze verzichten und gleich mit der Kurzsubsumption losprüfen. Die Box des O ist ein beweglicher Gegenstand, also eine Sache. Sie steht im Eigentum des O und nicht im Alleineigentum des T und ist somit für t fremd. Indem t mit solcher Wucht auf die Box getreten ist, dass sie nicht mehr nutzbar ist, hat er dergestalt auf die Sache eingewirkt, dass ihre Gebrauchsfähigkeit aufgehoben ist. T hat die Box zerstört. Für die Verbindung zwischen Sachverhaltselement und Definition gibt es sprachlich mehrere Möglichkeiten. Hier wurden die Worte also, somit und indem verwendet. Zusammenfassend möchte ich folgendes festhalten. Die Grundidee des Gutachtens ist folgende. Es wird eine Ausgangsfrage aufgeworfen, diese wird geprüft und mit Begründung zum Ergebnis geführt. Der ausführliche Gutachtensstil besteht aus einem Vierschritt. Obersatz, Definition oder Voraussetzungen, Subsumption und Ergebnis. Dieser Vierschritt kann theoretisch auf allen Gliederungsebenen angewendet werden. Das ist aber nicht immer sinnvoll. Hier kann und muss gekürzt werden. Andernfalls ist die Prüfung künstlich aufgebläht und wirkt unsouverän. Außerdem werden Sie keine Klausur beenden können, wenn Sie auf jeder Gliederungsebene den Vierschritt verwenden. Wichtig ist aber, dass der allererste, Obersatz und das Endergebnis, das allerletzte, immer angesprochen werden. Bei unproblematischen Merkmalen empfiehlt es sich, auf eine Kurzsubstitution zurückzugreifen. Hier werden Definition und Subsumption zusammengezogen. Sprachlich beginnt der Satz mit den Elementen des Sachverhalts, die in die Definition eingebettet wird. Damit sind Sie am Ende des Videos angelangt und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.